Ein knackiges High-Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße Sie auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute spielen wir die Petro Palowsk, Stufe 8 der russischen Nation, ein großer Kreuzer. Und was soll ich sagen? Ah, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Schiff. Denn wenn man die PC-Version kennt und ihr wisst, auf der PC-Version ist sie ein T10-Schiff. Also wäre sie bei uns eigentlich ein legendäres Schiff. Ja, und sich dann die Stetsu anschaut, dann sieht man, dass sie wirklich massiv, wirklich massiv an allen Ecken und Enden genervt wurde. Und das ist doch ein Tichchen zu viel gewesen. Also ich sag mal so, sie ist kein schlechtes Schiff und wenn man so ein, zwei Sachen nur mal ein bisschen verbessert, dann fühlt sie sich auf T8 auch wirklich gut an. Aber so wie sie jetzt aktuell ist, muss ich sagen, ach ne. Okay, da habe ich mich wirklich geärgert, dass ich hier die globalen EP für die ausgegeben habe und auch die Credits. Da hätte ich mir auf jeden Fall dann doch lieber was anders geholt. Wir schauen es uns jetzt in aller Ruhe an und ich zeige euch dann auch, was so an ihr genervt wurde und was ich persönlich nochmal ein Tichchen bei ihr verbessern würde, damit sie einfach auf T8 auch wirklich sehr, sehr gut performt. Oder sagen wir mal, sehr gut performt. Sehr, sehr gut ist ja dann wieder ein Tichchen zu viel. Aber wie gesagt, sie ist an sich nicht schlecht, nur nicht das, was ich definitiv erwartet hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, man hätte auch einfach das Schiff so lassen können, wie sie normalerweise ist und hätte sie einfach auf legendär gebracht. Denn dann wäre sie auf jeden Fall eine wunderbare Alternative gegenüber der Stalingrad. Die Stalingrad kostet halt auch zwei Millionen Credits. Und das hat natürlich nicht jeder das Ding dann einfach als normales Büroprojekt gebracht. Und wie gesagt, dann hätte man auf jeden Fall eine richtig schöne Alternative gehabt. So ist es leider nicht der Fall. So, wir schauen uns einfach mal an. Ich habe als allererstes das Zielsystem Mod 1 drin. Als zweites habe ich hier den Antriebsmod 2 drin. Als drittes habe ich das Zahnsystem Mod 1 drin. Dann habe ich hier Feuerleitanlagen Mod 2 drin. Und zum Schluss die drei Sachen, die man so oder so einbaut. Kommen wir zur Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung. Wir haben hier zweimal Sonar dabei. Ihr seht schon, Ortung von Schiffen 4,7 Kilometer. Ortung von Torpedos 3,3 Kilometer. Also ein ganz normales Standard-Sonar. Wir haben Radar dabei. Natürlich das russische Radar. 11,7 Kilometer Ortung von Schiffen. 20 Sekunden Dauer. 171 Sekunden Nachladezeit. Und wie gesagt, zwei Stück dabei. Und vier Reparaturmannschaften. Das liegt allerdings an meinem Kapitän, weil ich die Petro mit einem Schlachtschiffkapitän fahre. Ja, ich habe sie auch vorher ein paar Mal mit dem Kurznetzhof gespielt gehabt. Ich muss ehrlich sagen, die Petro fühlt sich bei mir auf jeden Fall deutlich besser an mit dem Kettroff. Und deswegen habe ich den hier drauf gemacht. Weil den Kettroff habe ich beispielsweise auch immer wieder auf der Stalingrad. Und funktioniert einfach einwandfrei. Spezifikation. Überleben. 60 Punkte. Trefferpunkte. 45.500. Und hier fängt es schon an. Also auf dem PC hat man normalerweise bei der Petro 55.000 bis so 60.000 Trefferpunkte. Also ihr seht, wir haben hier einfach mal 10.000 Leben weniger bekommen. Das ist schon massiv. Wenn man jetzt zum Beispiel die Egea dagegen hält, ne. Die hat ja, glaube, was hat sie, um die 70.000. Moment, wir schauen nochmal ganz kurz nach. Nicht, dass ich hier irgendeinen Stuss erzähle. Äh, wo haben wir sie denn? Ja, Egea. Da, 62.000. Also wir haben hier wirklich fast 20.000 Leben weniger. Obwohl wir genauso ein großes Schiff sind wie die Egea. Also das ist schon hart, ne. Und man muss halt auch noch bedenken, die Egea hat halt auch noch Torpedowerfer. Die hat einen besseren Bug. Also, boah. Also 45.500 Leben ist wirklich sehr, sehr wenig. Hier muss ich ehrlich sagen, sollten sie auf jeden Fall nochmal einen drauflegen. Also so 50.000, 55.000. Das ist eigentlich das, was sie mindestens haben sollte. Panzerung 16 bis 300 Millimeter. Auch da sind wir deutlich schlechter aufgestellt als die, äh, wie heißt sie, Egea. Egea hat ja bis zu 360 Millimeter. Torpedoschadensverringung. Schon mal, äh, Torpedoschadensverringung haben wir auch nur 25%. Auch da ist die Egea deutlich besser aufgestellt. Artillerie haben wir hier 3x3, 220 Millimeter. Feuer erreicht bei der 18,5 Kilometer. Nachladezeit 14,5 Sekunden. Auch hier haben sie wieder ziemlich genervt. Denn auf dem PC, wenn ich mich noch recht entsinne, hat sie so um die 12 Sekunden Nachladezeit. Dauer von 80 Grad her 30,5 Sekunden. Das ist aber nicht schlimm. Denn das Geile an der Petro ist, sie hat alle 3 Türme, oder sie kann alle 3 Türme 360 Grad drehen. Sprenggranatenhöchstschaden 3050. Brandwahrscheinlichkeit 14%. AP-Granatenhöchstschaden. Auch hier haben sie massiv runtergedrückt. Weil auf PC hat sie, glaube ich, 6600 oder 6800, ähm, AP-Granatenhöchstschaden. Wir sind hier nur bei 5.750. Feuerreichweite von der Secondary haben wir 5,2 Kilometer. Wir haben 6x2, 130 Millimeter. Nachladezeit 4 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 1800 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Flugabwehr haben wir 96 Punkte. Und da muss ich wirklich sagen, die fühlt sich wirklich gut an. Also, ähm, die holt schon ordentlich Flugzeuge runter. Manövrierfähigkeit 33,5 Knoten. Höchstgeschwindigkeit ist in Ordnung. Wendekreisradius, seht ihr schon, ist auf jeden Fall riesig. 990 Meter und eine Ruderstellzeit von 12,1 Sekunde. Tarnwert 12,4 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser. Erkennbarkeit zur Luft 7,8 Kilometer. Und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometern. Kommen wir jetzt zur Panzerung von dem Schiff. Und hier haben sie auch wieder genervt. Denn auf dem PC hat sie hier vorne 27 Millimeter Bugpanzerung. Wir haben hier leider nur 25 Millimeter. Und 25 ist auf T8 wirklich, wirklich hart. Weil, äh, alles ab 38 kann euch frontal einfach so dermaßen einer reindrücken, ne. Sie können euch overmatchen. Und ihr spielt gegen Musashi und Yamato. Und die lachen euch einfach nur aus. Also, im Boutenken könnt ihr bei solchen Schiffen absolut vergessen. Und ihr seht's auch, der Eisbrecher ist nicht sonderlich hoch, ne. Und hat 40 bis 140 Millimeter Panzerung. Ihr seht's, die 140er sind aber allerdings nur hinten. Also, auch hier hat Wargaming massiv genervt. Also, egal wo ihr schaut, das Ding ist wirklich in allen Ecken genervt worden. Das finde ich nicht gut. Also, das finde ich wirklich nicht gut. Klar, man muss einfach Abstriche machen. Keine Frage, wenn so ein Schiff einfach auf eine tiefere Stufe kommen soll. Aber man muss es halt auch irgendwo nicht übertreiben, ne. Schauen wir uns nochmal die Zitadellenpanzerung an. Beziehungsweise, ihr könnt uns auch erstmal die Querab anschauen. Na ja. So, dann eine Querab haben wir auch nur von 21 bis 150 Millimeter. Also, ihr seht's, frontal, wie gesagt, 25er, äh, 25er, 38er können euch einfach overmatchen. Und das tut echt weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Erst recht, weil wir auch wirklich wenig Leben haben, ne. 45.000 Leben ist nix. Das sind zwei Shima-Torpedos. Und wir sind einfach weg. Nicht mal nur Shimas. Also, generell, ne. T8, Yugumo und, ähm, wie heißt's? Hayate auf T7. Also, die japanischen DDs sind euer Tod. Da brauchen's wirklich nur zwei Torpedos. Und ihr seid einfach weg. Ihr seid einfach weg. Und das finde ich nicht gut. Ne. Und dann haben wir natürlich auch noch eine schön große Zitadelle. Damit wir, wenn wir die Breitseite zeigen, auch nochmal ordentlich einen ins Gesicht bekommen. Ähm, ihr seht's schon, auch wirklich nicht die beste Panzerung, was die Zitadelle angeht. Wir haben, na, wo haben wir es denn hier? Seitenpanzerung. Haben wir 40 bis 65 Millimeter. Obendrauf haben wir 70 bis 90 Millimeter. Also, zeigt die Breitseite mit dem Teil. Kriegt ihr richtig eine ins Gesicht. Also, da, ja. Holt euch auf jeden Fall Taschentücher, weil ihr werdet auch immer und immer wieder ganz schön Tränchen im Augen haben. Sichere Schussgranate mit guter Ballistik. Das stimmt. 360 Grad Türme. Die Haupttürme können um 360 Grad gedreht werden. Das stimmt auch. Also, wie gesagt, ihr könnt wirklich alle drei Türme 360 Grad drehen. Das finde ich total witzig. Hoher AP-Durchschlag, überdurchschnittliche Durchschlagskraft der AP. Muss ich ehrlich sagen, habe ich hier jetzt auf der Konsolenversion nicht wahrnehmen können. Also, wenn da Schlachtschiffe Breitseite fahren, ist es auf dem PC so. Da haust du selbst auf, keine Ahnung, auf 12, 13 Kilometer. Da haust du, zieht das raus. Hier fahren die Schlachtschiffe Breitseite. Und ja, es kann euch sogar passieren, dass ihr Abpraller macht. Und ihr denkt euch so, Alter, was ist denn hier nur los? Das ist doch keine Petro. Also, das ist echt hart. Klar, sie kann gut performen, keine Frage. Aber so im Durchschnitt ist sie wirklich nur Durchschnitt. Muss man wirklich so fairerweise sagen. Was sie wirklich gut kann mit den 220ern, ist gegen leichte Kreuzer wirklich gut Schaden anrichten. Obwohl ich da auch schon Runden hatte. Und ich hatte nicht einen einzigen Overpen dabei, sondern wirklich fast nur Fullpens. Ja, und ein Fullpen kann halt auch nur so 1000 bis 2000 Schaden robben. Da habe ich mir an der Edinburgh fast die Zähne ausgewiesen. Die ist da Breitseite gefahren. Ich habe immer schön tief gezielt. Sie hat sich dann sogar eingewinkelt, dass ich eigentlich die Chance erhöhe, dass ich eine Zita auf ihr mache. Und habe partout mit ihr keine Zitadelle gemacht. Und das war echt nervig. Das war wirklich nervig. Aber fairerweise muss ich hier sagen, finde ich es gut, dass sie eben nicht so den Durchschlag hat wie auf dem PC. Das würde ich ganz ehrlich so lassen. Aber entweder sagt man hier, okay, sie kriegt ihre 27mm Bugpanzerung, die sie auf dem PC auch hat. Oder sie bekommt halt deutlich mehr Leben. Also die Kombination von einer enorm schlechten Bugpanzerung und wenig Leben finde ich persönlich einfach zu viel. Wie gesagt, Nachladezeit wurde genervt. Der AP-Schaden wurde genervt. Der Reload wurde genervt. Die Bugpanzerung wurde genervt. Was habe ich noch? Irgendwas habe ich noch vergessen. Also ihr seht es schon. Leben wurde genervt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Also sie hat richtig, richtig viele Nerfs bekommen. Was ich eigentlich gar nicht verstehe. Bei russischen Schiffen, da drückt ja Wargaming eigentlich beide Augen zu. Aber hier haben sie auf jeden Fall ein Tickchen übertrieben. Muss ich ehrlich so sagen. Ja, finde ich sehr schade. Also wie gesagt, die Bugpanzerung, den Durchschlag, den würde ich so lassen. Finde ich absolut in Ordnung, wie er ist. Da muss man halt auch bei Schlachtschiffen einfach mal aufpassen. Man kann eben nicht hier permanent auf die Schlachtschiffe Zitadellen drücken. Aber wie gesagt, die Bugpanzerung entweder verbessern oder halt wirklich massiv das Leben nochmal hochnehmen. Wirklich 55.000 Leben, das wäre auf jeden Fall in Ordnung. Oder 57.000 Leben, dann ist mir die 25mm Bugpanzerung im Großen und Ganzen dann auch egal. Wie gesagt, wir sind halt ein langes Schiff. Und wenn wir da halt wirklich zwei japanische Torpedos fressen, dann war es das meistens. Dann könnt ihr direkt in die nächste Runde mit einem anderen Schiff gehen. Weil das wird sie zu 90% einfach nicht überleben. Da sie halt auch wirklich eine sehr schlechte Torpedoschadensverringerung hat. So, schauen wir uns noch den Kapitän an. Wie gesagt, ich spiele sie jetzt mittlerweile mit Kettroff. Ich hatte sie vorher mit Kurzzeitsoft gespielt gehabt. Wir können auch nochmal kurz auf Kurzzeitsoft gehen. Da habe ich fast die gleiche Skillung. Norman Scott und Yamamoto. Yamamoto, dann außerhalb der Reichweite, intuitiv. Ist natürlich geil, denn dann haben wir auf jeden Fall die Ordnung mit dabei. Dann durchstoßen, fixiert und zum Schluss vollständig verpackt. Wie gesagt, ich persönlich spiele sie mit Kettroff. Macht bei der Stalingrad mega viel Spaß. Ich kann es wirklich immer und immer wieder nur empfehlen. Dann habe ich hier Norman Scott. Dann Nikolai Kurzzeitsoft. Dann habe ich hier nur keinen Ärger. Kreuzweise, Freiwilliger. Das hatte ich aber eigentlich nicht normalerweise. Hatte ich hier das hier drin. Also das kann sein, dass ich das jetzt hier vergessen habe umzustellen. Normalerweise fahre ich dann mit Feuerwehrmann, um das Risiko eines Brandes nochmal zu minimieren. Denn man muss einfach sagen, sie brennt auch enorm. Deswegen, wie gesagt, nur kein Ärger in Kombination mit Feuerwehrmann. Gerade auf den großen Kreuzern ist schon mega, mega geil. Dann Mechanikermeister. Und zum Schluss habe ich dann hier noch Wille zum Wiederaufbau drin gehabt. Habe ich vergessen rauszunehmen. Würde ich jetzt hier auch Feuer mit Feuer bekämpfen. Aber in der Runde müsste ich, glaube ich, tatsächlich noch Wille zum Wiederaufbau drin haben. Ich habe es noch vergessen, überall umzustellen. Wie gesagt, Feuer mit Feuer bekämpfen würde ich dann nehmen. Wir könnten es aber jetzt gleich mal umstellen, damit ich das nicht vergessen werde. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht mit der Petro. Und schauen mal, was die Bude so kann. Bis gleich. So, Freunde. Willkommen auf der Petro. Wir sind hier Weg des Kriegers. Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Tannenberg in seiner Smarland. Und Tobi in seiner Republik. Wir haben eine Malboot, zwei Iwamis, eine Massa, eine Brandenburg, eine Brindisi, eine Otschakow, eine Smarland und eine Udeloy im Gegnerteam. Bevor es jetzt hier natürlich losgeht, haue ich wieder direkt die Werbung raus. Diesmal wieder mit dem Frosch und dem Eistee. Frosch ist Ananas Maracuja und der Eistee ist Mango Maracuja. Beides sehr, sehr fruchtig. Und wie gesagt, gerade jetzt in der Sommerzeit absolut empfehlenswert. Nehmt die kurz mit und spart euch ein bisschen was. So, Freunde. Willkommen auf der Petro Palowsk. Oder wie ich sie nenne, Petro Lombardi. Hehehehe. Ja, wie gesagt, Petro ist definitiv nicht das Schiff, was man von PC kennt. Also, sie ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Sie ist kein schlechtes Schiff. Aber, ähm, ich finde, Wargaming hat hier doch ein Tickchen zu viel genervt. So, dass sie auf T8 doch... Oh, sie hat es schon recht schwer, muss man ehrlich sagen. Sie hat es wirklich gar nicht einfach. Und, ähm, ja, die ganzen Kombinationen von den ganzen Nerfs ist dann, wie gesagt, einfach ein Tickchen zu viel des Guten. So, Weg des Kriegers. Ihr wisst ja, ich liebe diese Karte. Ach, wie ich diese Karte liebe. Am liebsten würde ich sie 24 Stunden am Tag spielen. Ich hasse diese Karte. Ich hasse diese Karte. Schon alleine. Ne, wir müssen jetzt hier schön außenrum fahren. Nehmen uns erstmal ganz lange aus dem Gefecht. Ach, herrlich. Action-geladene Gefechte sind das. Ja, Reichweite hat sie von Haus aus jetzt auch nicht die größte. Nur, wenn ihr halt wirklich den Kutzer-Surf und halt den Hauptbatterie-Mod einpackt. Sonst sieht es mit der, ähm, Hauptbatterie-Reichweite halt auch recht mage aus. Also da wurde sie definitiv auch nochmal genervt. Also ihr seht es, egal wo ihr guckt und sie mit der PC-Version vergleichen wollt, ähm, ihr werdet sie in allen Belangen nur als Nerf erleben. So, erste Granaten-Salve ist raus auf die Hotscher-Kurve. Ja, die dreht raus, da wird nichts treffen. Ah, ein Abpraller. Sehr schön. Was ich halt wirklich gut finde, dass sie halt eben nicht diesen kranken Punch hat vom PC. Ähm, weil auf PC macht sie halt wirklich jede Klasse nieder. Es ist egal, ob Schlagschiff, Kreuzer oder DD. Ne, da knallt die wirklich Schaden raus. Das ist schon abnormal. Das finde ich gut, dass sie das hier nicht gemacht haben. Aber wie gesagt, ey, 45.500 Leben, das ist für so ein großes Schiff wirklich nicht viel. Wirklich nicht viel. So, da ist eine Brindisi. Kommen wir leider noch nicht dran. Ja, ihr seht's, ne, es dauert und dauert, bis wir hier wirklich mal richtig wirken können. Weil dadurch, dass ihr halt eben nicht diesen kranken Durchschlag habt, wie auf dem PC, ja, habt ihr halt eure Aufgabenfelder doch ein bisschen limitiert. Ne, und geht dann halt wirklich eher so als Kreuzerjäger. Ja, was ich sehr cool finde. Das finde ich wirklich mega, mega gut. Klar könnt ihr auch Schaden auf Schlachtis machen. Aber da ist halt auch wirklich oft, ähm, dicker Schaden dabei. Wirklich sehr oft dicker Schaden dabei. So, da ist die Udeloi. Jawohl. 2000 Schaden auf die Udeloi. Radar ist activated. Komm, schieß drauf, Mädels. Gönnt sie euch. Jawohl, wir haben sie nicht getroffen. So, da ist noch ein Orchakow. Und so ein Orchakow kann euch das Leben halt wirklich zur Hölle machen, weil ihr halt auch wirklich saumäßig schnell brennt. Das werdet ihr hier in der Runde auch noch sehen. So, da ist die Iwami. Mal gucken, was wir der Iwami so an Schaden drücken können. Ja, 3.500 Schaden. Ein Platz und zwei Fullpens. Also Fullpens, äh, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Das macht sie wirklich zu Genüge. So, da ist die Brindisi. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Müsste ich mal Skydex fragen, weil der ist ja Italiener. Jawohl, Doppelzitter, der Ende. Ja, Wutschka. Ja, Wutschka. Ja, Zitter. So, da ist noch die Orchakow. Aber ihr seht, Granatkopierung ist geil, ne? Nicht ganz so gut wie von der Stalingrad. Es sollte auch klar sein. Aber Granatkopierung und Streuung ist von dem Schiff wirklich gut. Ist wirklich gut, da kann man sich nicht beklagen. 14 Sekunden Nachladezeit, ja, ist halt recht tot. Klar, man kann sich jetzt hier, ähm, auch komplett auf Nachladezeit drücken. Vielleicht kommt man da auch auf seine 11, äh, 11 Sekunden runter. Oh, da muss man passen. Jawohl, Zitadella an der Orchakow. Da wird man von hinten penetriert. Das klingt so falsch und so dirty, aber es ist halt Fakt. So, da ist nochmal die Brindisi. Also ich sehe jetzt, ne? Granaten fliegen schön eng zusammen. Das ist geil. Das ist man von den Russen gewohnt. So möchte man das auch haben. Ja, und dann kommt da nur 1700 Schaden bei rum. Ärgerlich. Schieß mal einfach nochmal auf sie. Ja, das war auch nichts. Und ihr seht's, ne? Jetzt der hintere Turm tritt komplett durch. Und das kann sie halt wirklich mit allen drei. Seht ihr im späteren Verlauf des Gefechtes auch nochmal. So, Orchakow bremst ab. Orchakow dreht auch leicht rein. Das könnte ihr Ende dann sein. Jawohl, Doppel-Zitadelle und sie ist weg. Papa Doblin ist wieder unterwegs. Sehr schön. So, da hat es unsere Riga auch zerrissen. So, dann fangen wir mal ein bisschen vor hier. Da ist die Brindisi. Ich bin hier halt wirklich langsam unterwegs, weil ich halt nicht weiß, wie die Iwami stehen. Nicht, dass die Iwami jetzt gleich durchbricht. Die haben da halt zwei Schlachtliste stehen. Also was sie halt wirklich mit den 25mm Bootern überhaupt nicht mehr kann, ist halt wirklich brawlen. Das tut richtig weh. Also ihr solltet mit dem Ding eben nicht komplett in den Nahkampf fahren. Dafür ist sie halt auch saumäßig lang. Und wenn da wirklich die Schiffe an euch rumfahren, dann könnt ihr euch wirklich mit einer Breitseite komplett ausknocken. Aber ihr seht, sechs Zitadellen auf zwei Kreuzern insgesamt. Das ist schon in Ordnung. Also das finde ich absolut in Ordnung, dass sie halt jetzt hier wirklich bei uns, bei Legends, halt wirklich eher in dem Fokus steht als Kreuzerjäger. Finde ich geil. Das finde ich wirklich geil. Aber wie gesagt, 45.000 Leben, Freunde. Ganz ehrlich. Naja, also das ist schon echt ein bisschen hart. Das ist wirklich hart. So, wir fahren jetzt mal außen rum oder innen rum oder wie ihr auch wollt. So, da kommt die Malboro, die auf uns schießt. Das ist eins der wenigen Schiffe, was uns nicht penetrieren kann frontal. Da können wir ein Boot tanken. Ah, schade. Ist leider nichts drüber gegangen. So, mal gucken, ob es jetzt gleich nochmal aufgeht. Nachgeladen habe. Da ist sie. Und ihr wisst ja, Malboro, eine riesen Zitadelle. Also da sollten wir auch wirklich mal eine Zita drauf drücken. Jawohl, doppelt Zitadelle. Und die Musashi hat sie uns leider geklaut. Sehr schade. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Die Wami kommt. Oh, da die Wami haben ja auch gefressen. Ei, ei, ei. Habt ihr das gesehen? Da hat es aber richtig einen ins Gesicht bekommen. Das könnte tatsächlich sogar vom Tobi gewesen sein. Da kann nur Tobi gewesen sein. So ein Schlafschiff dürfte da nicht drauf kommen. So, jetzt wollen wir uns hier erstmal um die Brindisi nochmal kümmern. Mal gucken, ob wir da jetzt auch nochmal drauf kommen. Brindisi, wo bist du? Da, warten wir kurz. Und dann machen wir eine versteckte Hai-Attacke. So, vorderen Türme sind auf jeden Fall durchgekommen. Zack, Zitadelle. Und wir bleiben zu beim Schießen. Also, Brindisi denkt hier, hat ein Vogel aufs Deck gekackt. So, nochmal eine volle Breitseite raus. Und das hoffe ich doch mal, sollte es für die Brindisi gewesen sein. Jawohl, Doppel-Zitadelle. Und das Ding ist raus. Baba Doblin ist hier voll in seinem Element. Elf Zitadellen. Also, da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Also, ihr seht, sie ist nicht schlecht, aber der Schadensoutput, ne, 76.020, ist jetzt nicht so geil. Ich sag mal so, wenn ihr die PC-Variante nicht kennen solltet, dann denke ich mal, werdet ihr trotzdem viel Spaß haben. Sie ist deutlich anspruchsvoller gegenüber der PC-Version, keine Frage. Weil wir einfach deutlich schlechtere Panzerungen haben, eine schlechte Nachladezeit, einen schlechteren Schadensoutput. Also, eigentlich alles schlechter als die PC-Variante. Und trotzdem kann sie gut austeilen. Aber, wer natürlich, so wie ich, schon gehofft hat, dass das wirklich so ein Power-Schiff wird, wie am PC, der wird enttäuscht sein. Der wird wirklich enttäuscht sein, das sollte euch gesagt sein. So, jetzt hat sie uns hier natürlich angewiedelt. Ziehen wir jetzt hier ein bisschen höher, ne, weil die Brandenburgs ist halt noch angewinkelt. Gehen da lieber auf die Aufbauten. Eigentlich wollte ich sie dann wegrammen, dachte mir so, komm, ich ramme sie jetzt weg. Ne, es sind ja nur noch drei Schiffe. Und dann dachte ich mir so, ne, der hat jetzt seine Torpedos so schlecht geschmissen, denke ich, gönne ich ihm nicht. Also, schnell wieder eindrehen. Und ihr habt's gesehen, ne, also hier, Doppelbrand, Dreifachbrand. So, wir löschen. Und zack, kriegen direkt einen Brand wieder. So, ich wollte eigentlich ein bisschen trollen. Ich wollte erst der Brandenburg die ganze Zeit jetzt noch hinterher fahren. Ah, und ihr seht, Turmdrehgeschwindigkeit auch grauenhaft, absolut grauenhaft. Die Türme drehen einfach nicht jetzt. Ah, hätte ich ein bisschen höher gezielt. Aber trotzdem wieder ein Doppelbrand bekommen hier. Und die Brandenburg hat der Tobi weggeknallt. Da ist noch die Udeloi. Vorteil ist, wir haben hier auch noch ein Radar. Also, wenn sie nochmal zugehen sollte, dann können wir sie wieder aufdecken. Und zack, 3600, Schaden nochmal in die Udeloi gedrückt. Vielleicht können wir sie nochmal versenken. Also, wenn ich sie jetzt wirklich mit 1 zu 1 mit der EGIR vergleichen sollte, ne, finde ich die EGIR umwelten geiler. Umwelten geiler. So, nochmal 3200. Weil der Schadensoutput ist einfach nicht da, ne. Der Schadensoutput ist nicht mehr ansatzweise so da wie bei der EGIR. Aber sind jetzt hier bei 114.000 und doch schon wirklich 114.000 hart erkämpfte Punkte oder Schadenspunkte. Also, ihr müsst schon echt ein bisschen rackern mit der. So, und jetzt hier seht ihr zum Beispiel mal, ne. Hier seht ihr jetzt mal, dass die Türme komplett durchdrehen können. Da seht ihr das jetzt, ne. Also, die können komplett durchdrehen. Total witzig. Ja, und da hat es die Smarland auch noch zerrissen. Also, das war unsere Runde mit der Petru. Wirklich keine schlechte Runde, ne. 11.000, das ist schon was. Das ist wirklich was. 114.930 Schaden. 11.000, zwei Schiffe versenkt. Äh, 42 Treffer mit der Secondary. Platz 2 mit 2433 Basis-EP. Und dann schauen wir uns nochmal den wirtschaftlichen Teil an. 160.907 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Die Petru ist kein schlechtes Schiff. Aber in meinen Augen nicht das, was ich mir erhofft habe. Also, ich bin wirklich enttäuscht von ihr. Ähm, sie ist eben nicht die Petru, die Angst und Schrecken verbreitet, wie man sie vom PC kennt. Sie ist wirklich ne, ja wie soll ich sagen, ne Made in China Variante. Also, wirklich ne, in Anführungszeichen, ne billige Kopie von dem Originalen. Und, ähm, ja, das dämpft den Spielspaß schon. Das dämpft den Spielspaß schon. Erst recht, wenn man, wie gesagt, das Schiff kennt. Wer das Schiff eben nicht von der PC-Version kennt, der wird Spaß haben. Ihr seht, sie macht trotzdem Schaden. Aber sie ist anstrengend zu spielen. Also, sie ist nicht so einfach zu spielen. Und, ähm, ja wie soll ich sagen, gebt, gebt euch so ein schönes Dankeschön zurück wie die EGIR, ne. Die EGIR, die haut da wirklich immer mal wieder Zehntausenderkellen raus. Das macht sie wirklich sehr, 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 sehr selten, die Petru. Also, das ist wirklich, ja wie soll ich sagen, mühsam den Schaden zusammenzuklabustern. Ne, also, ihr macht da wirklich tausend, mal zweitausend, mal dreitausend, mal wieder tausend, mal zweitausend. Ähm, also es läppert sich langsam hoch. Und, klar, ne, gegen Kreuzer, da knallt ihr halt wirklich mal richtig einen rein. Und wenn die Schlachtschiffe recht nah dran sind, dann knallt ihr auch Schlachtschiffe auch wirklich gut einen rein. Also, im Großen und Ganzen kein schlechter Kreuzer. Aber, in meinen Augen, einfach, ähm, ein Tickchen zu krass genervt. Gibt dem Schiff ein bisschen mehr Leben. Oder eben, wie gesagt, ein Tickchen mehr Leben und den 27mm Bug. Dann wäre sie auf jeden Fall absolut in Ordnung. Und ich würde mich in keinster Weise beschweren. So, wie gesagt, finde ich sie ein Tickchen zu krass genervt. Gut, Freunde, dann sehen wir uns die Tage wieder. Jetzt grüße ich noch meine Kanalmitglieder. Jetzt hätte ich's was vergessen. Den Niklas Johnson, Kamikaze, Alphastar, Testosaurusflex, Marcel Hase, Dark Raptor, Luca, Stefan Hartung, Max Feldmann, Deathrow Zoo, Hector86, Leon Laika, Ronshot Pro, Heiko Dietrich, Dracania SR123, Mac Lotte, Lindemann 1455, Alpha Spatron, Berserker Wolf, Zöldi112, Entfessel den Quark, Bunterschuh, Der Firsty 1979, The Game, Captain Kalle 1887, Panda B98, René XXX, Nico V8, Rayman HH, Altbeer King, TD Star und Sirius 05. Vielen lieben Dank für euren Support und wie gesagt, dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerware, macht's gut!